Und damit willkommen zurück auf unserem Kanal, willkommen aus Spoilerwarnung und einem neuen House of the Dragon bzw. Fire Em Blood Video. Heute würde ich gerne mal über Aegon II reden und warum er teilweise wirklich unterschätzt wird und in der Serie teilweise auch etwas schlechter dargestellt wird. An der Stelle muss aber gesagt sein, Tom Glencarny ist wirklich ein sehr guter Schauspieler und ich finde die Verkörperung von Aegon overall auf jeden Fall auch ziemlich gut. Aber ich habe das Gefühl, dass die Community teilweise definitiv in ein etwas schlechteres Licht drückt, als er eigentlich hingehört. Vorab gerne eure Meinung in die Kommentare und ob ihr Team Grün oder Schwarz seid. Ich persönlich habe da tatsächlich keine direkte Seite. Ich habe ja auch bereits ein Video gemacht zu allen Gründen, warum man Team Schwarz favorisieren sollte oder unterstützen sollte und das gleiche für Team Grün. Und ich finde, man kann auch beide Seiten unterstützen und gerade wenn man Feuer und Blut liest, merkt man, George R. R. Martin ist auch diese Ansicht, was er selbst schon gesagt hat. Er ist ein wenig auf beiden Seiten und so geht es eigentlich auch mir. Ich glaube, ich bevorzuge teilweise die Schwarzen, teilweise aber auch die Grünen. Ich kann mich da wirklich nicht festlegen, also gerne eure Meinung da in den Kommentaren und ja, in diesem Sinne legen wir auch direkt mal los. Wenn ihr kein Game of Thrones beziehungsweise das Lied von Eis und Feuer, Feuer und Blut und so weiter Content verpassen wollt, halt zum Throneverse, lasst ein Abo da, würde uns sehr freuen. Checkt die Playlist ab und es erwarten euch auf jeden Fall noch einige Special Videos mit Überlänge und ja, dann legen wir auch direkt mal los. Eine Sache, die Aegon immer wieder angekreidet wird, ist die Tatsache, dass er keine so gute Verbindung zu seinen Geschwistern hat. Man muss aber sagen, er hatte eigentlich eine ziemlich gute Bindung zu seinen Neffen, sprich Jakeris, Luke und Co. Allerdings ist das Ganze eher durch Alison zusammengebrochen und Aermond ist ein sehr cooler Charakter und auch eine pflichtbewusste Person. Man muss aber sagen, er war damals natürlich auch nicht gerade die interessanteste Person für Aegon und später war er ziemlich loyal und die beiden hatten eine ziemlich gute Bindung in Feuer und Blut zumindest. Für die Serie ist Aermond mehr oder weniger ein Antagonist. Allerdings kann man auch hierbei verstehen, warum er Angst vor ihm hat und warum er nicht so eine gute Bindung mit dem Artiment-Effekt. Wobei er selbst in der Serie eigentlich Aermond am Anfang vertraut hat und ihn sogar sehr loyal betitelt hat, bis dieser ihn verraten hat. Und das er gegen die Kraft ist, ist halt wie erwähnt Alison und Otto halt geschuldet und nicht ihm selbst. Er selbst hatte eine gute Bindung zu ihnen und sie haben sich ja sogar gemeinsam gegen seinen Bruder gestellt. Allerdings hat das eben Alison dann so gedreht, dass er am Ende gegen sie war. Man muss halt zugeben, er hat ja im Endeffekt auch recht. Ich meine, schaut sie euch an, man sieht sofort, dass sie halt eben keine Velaryon sind. Also er hat nicht mal gelogen und an sich für seine Bindung zu ihnen eine gute. Wie erwähnt, dass sie später zusammengebrochen ist, war nicht die seine Schuld und ich würde auch nicht ihm die Schuld geben. Er hat dann sich wie erwähnt sein Bestes gegeben. Es war halt mehr seine Family im Allgemeinen. Und wenn man da jemandem die Schuld geben will, dann definitiv Alison, die sowieso für sehr viele Sachen verantwortlich ist. Dann würden viele behaupten, er war kein guter König. Aber zum einen muss man hierbei erwähnen, er wollte nicht wirklich König sein. Er wurde in die Position gerückt. Vor allem eben von seiner Mutter, seinem Großvater und seiner Familie im Allgemeinen. Zumindest dem Teil seiner Familie, der eher auf Seiten der Hohenturms war. Dabei haben sie natürlich auch ausgenutzt, dass er männlich ist, den Namen des Eroberers hat und so weiter. Aber im Endeffekt ging es halt einfach darum, dass die Hohenturms ihren Kandidaten auf den Thron setzen wollten und nicht Rhaenyra. Rhaenyra weiblich war, naja, das war eher zweitrangig. Aber fiel ihn natürlich in die Karten. So wie jetzt zum Teil Aurenius in die Karten fiel, dann Rhaenyra zu supporten. Es war aber eher zweitrangig. Und im Endeffekt, er war kein schlechter König. Er war definitiv kein Joffrey oder Maegor. Er hat sich um sein Volk gekümmert. Klar, er wusste ihnen nicht unbedingt zu helfen, hat falsche Versprechen gemacht, aber es hat ihn interessiert. Das macht ihn schon zu einem viel besseren König als die meisten. Klar, er war kein Dere und der Gute. Er war kein Gehiris, der Schlichter. Er war auch nicht Aegon, der Eroberer. Er war aber auch nicht Aegon, der Eroberer. Er war aber auch nicht Aegon, der König und definitiv auch nicht Aegon, der Unwerte. Also ich würde sagen, er ist so ziemlich im Mittelfeld, was die Königin betrifft. Und das ist eigentlich ziemlich gut. Rhaenyra dagegen ist zumindest in Feuer und Blut im Endeffekt schon ziemlich verrückt gewesen und wäre jetzt auch nicht die allerbeste Königin. In der Serie wird sie natürlich sehr gut porträtiert, macht ihn aber auch nicht unbedingt schlechter. Des Weiteren muss man sagen, wurde er in die Rolle gerückt und sie will es im Endeffekt. Also ja, sie muss da auch mehr abliefern. Des Weiteren muss man natürlich auch sagen, dass für die Serie sogar erklärt wurde, warum Alison der Meinung ist, dass Viserys ihn als Erben haben wollte. Da gab es das Missverständnis. In Feuer und Blut, da war sie einfach machthungrig im Endeffekt. Und ja, für die Serie wurde sie halt etwas umgeschrieben. Aber ja, das ist halt auch eher ein Punkt für die Serie, der aber definitiv auch zum Tragen kommt. Weiterer Punkt, der hier mehr oder weniger ihm zugeschrieben wird, ist, er sei kein guter Ehemann, aber er hat seine ehrlichen Pflichten erfüllt. Und im Endeffekt wollte er das Ganze auch nicht wirklich. Also, dass er mit Helena den Beitschlaf ausüben wollte, das bezweifle ich nicht mal. Aber er wollte jetzt nicht unbedingt Helena heiraten. Und ich denke mal, Egon mit dahin gegangen wäre, hätte da eher ein anderes geheiratet. Und allgemein hat er da, glaube ich, eher andere Ziele gehabt. Und im Allgemeinen muss man sagen, ist das auch schon eher ziemlich, ziemlich heuchlerisch von Alison, dass sie das Ganze überhaupt so arrangiert hat. Das war natürlich ein weiteres Statement. Hey, mein Sohn ist ein wahrer Tagarien und kein Kraftbastard. Und ja, wie erwähnt, da kann man ihm auch eher weniger die Schuld geben und er war nicht der beste Ehemann. Das stimmt. Er war aber auch definitiv nicht der Schlechteste. Und was seine Kinder betrifft, würden viele behaupten, er hat seine Kinder nicht geliebt. Aber doch hat er. Natürlich muss man sagen, hat er nicht unbedingt auf die richtige Art und Weise getrauert. Aber gibt es da überhaupt die richtige Art und Weise? Helena wurde für die Serie ja definitiv stärker geschrieben und hatte nicht so einen krassen Konflikt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man Helena auf Traumfeuer in Aktion erleben könnte zukünftig für die Serie, was in den Büchern eben nicht wirklich der Fall ist. Aber wie erwähnt, wenn die Trauer bei jemandem zurückgeschraubt wurde, dann bei ihr, beziehungsweise sie kommt damit zumindest besser klar und dasselbe hat getrauert. Ich fand es auch eine sehr starke Szene, wo er das Modell von Valyria zerstört hat mit Schwarzfeuer. Und viele würden behaupten, er ist ein Feigling und dass er sich Mut antrinkt, um in die Schlacht zu ziehen, dass er Fehler macht. Aber ganz ehrlich, auch das kann man verstehen. Auch das kann man definitiv verstehen. Ich meine, ihm wird mehr oder weniger von allen Seiten gesagt, hey, du musst König sein, aber du bist eigentlich nicht dafür geeignet, du bist zu blöd, mach nichts. So. Er will sich natürlich ein Stück weit beweisen und will auch ein Stück weit natürlich die Macht haben, die ihm zugeschrieben wird und hat keine Lust hat, als Spielball zu enden. Und im Endeffekt, klar, war es eine türliche Aktion. Zumindest in der Serie, in den Büchern war es geplant, dass er und Aemon zusammen angreifen. Aber wenn wir das Serienbeispiel nehmen, dann war er halt im Endeffekt Mut genug, sich seine Angst zu stellen und in den Kampf zu ziehen und um sich zu beweisen. Und wäre das nicht Melis gewesen, sondern vielleicht Wehrmachts, hätte vielleicht sogar Erfolg gehabt. Melis ist ein sehr mächtiger Drache. Und im Endeffekt hat er sich sogar ziemlich gut geschlagen. Und in den Büchern hat ja Melis sogar das Ganze nicht überlebt. Aber dafür Sonnenfeuer und Aegon und Sonnenfeuer haben sowieso eine richtig gute Bindung, vielleicht sogar die beste Bindung zwischen Reiter und Drache, unter allen Drachenreitern. Also ich wüsste nicht, wer eine bessere Bindung hat. Außer vielleicht eine Daenerys, wobei es eine sehr besondere Bindung ist. Man muss halt sagen, Aegon, der Eroberraum Valerion, sind auch ein legendäres Duo. Ich würde aber nicht behaupten, dass die beiden so eine starke Bindung hatten, wie sie eben Aegon und Sonnenfeuer hatten. Und Sonnenfeuer ist für ihn auch durch die Hölle gegangen. Und im Endeffekt hat man es ihm auf jeden Fall gegönnt, dass Sonnenfeuer da seinen Snack hatte. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und ansonsten glaube ich, dass viele ihn einfach nicht wirklich ernst nehmen. Ich meine, er geht gar nicht ins Bordell. Er hat seine Freundin in die Königskarte berufen. Er hat von alle sehr törichte Entscheidungen. Aber wie erwähnt, er wurde nicht wirklich erzogen, ein König zu sein. Er sollte ja auch kein König sein. Er wurde in die Rolle gedrängt. Und sein Bruder hat ihn zumindest für die Serie verraten. Und auch in den Büchern ist Aemon schon eine sehr, sehr gruselige Figur. Und auch wenn er dort definitiv loyaler ist, weiß ich nicht, ob Aemon jetzt unbedingt der beste Geselle ist für einen wie Aegon. Die beiden sind sich schon ziemlich unterschiedlich. Und ja, im Endeffekt wurde er, wie erwähnt, in die Rolle gedrängt. Also meiner Meinung nach ist Aegon auf jeden Fall dafür schon ziemlich gut in seiner Rolle. Und er versucht sein Bestes. Und ab jetzt würde ich sagen, rede ich noch über einige Dinge, die potenziell Spoiler für Staffel 3 und 4 darstellen. Also an der Stelle lasst gern das Video weiterlaufen. Wenn ihr uns supporten wollt, aber keine Spoiler mitbekommen wollt. Und wer Feuer und Blut gelesen hat oder bereitet sich Spoilern zu lassen, der kann ab jetzt auch weiterhören. Bis jetzt habe ich ja nur Dinge angesprochen, die bereits passiert sind und mit den Büchern verglichen. Jetzt rede ich noch ein bisschen über sein Ende. Also Spoiler in 3, 2, 1. Gut. Eine Sache, die mich an Aegon auch ein wenig traurig macht, ist, dass er im Endeffekt durch Verrat gestorben ist. Ich meine, er wollte das Ganze nicht wirklich. Hat dann darum gekämpft. Und am Ende wurde er von den Leuten, die ihn da hingebracht haben, verraten. Was ich persönlich schon ziemlich traurig finde. Und das macht ihn auch zu einer sehr tragischen Figur. Wie erwähnt, seine Bindung zu Sonnenfeuer ist richtig stark. Das Sonnenfeuer für ihn auch durch die Hölle gegangen ist. Und sogar im Endeffekt Graugeist und Mondtänzerin mitgenommen hat. Finde ich sehr bemerkenswert. War es ihm auf jeden Fall gegönnt. Und Rhaenyra war im Endeffekt sehr wahnsinnig. Ihr Mann ist Demontagariien. Und ja, Jekiris wäre ein guter Erbe gewesen. Aber wie erwähnt, da haben eher ihre Mütter einen kalt zwischen die beiden getrieben. Die beiden hätten auf jeden Fall gut zusammen arbeiten können. Jekiris hätte sogar Helene heiraten können. Und ja, wahrscheinlich hätte das den Targaryen sehr viel Wohlstand gebracht. Aber so kam es im Endeffekt nicht. Aber gut, an der Stelle glaube ich, habe ich aber auch alles gesagt, was ich zu Aegon sagen wollte. Ich finde, er wird teilweise missverstanden. Und ja, er ist nicht der beste Charakter. Er macht viele Fehler. Vergeht sich an Sardinerinnen und was weiß ich nicht alles. Aber hey, er versucht sie zu bessern. Er versucht zuzuhören. Und im Endeffekt muss man sagen, ist er definitiv nicht der schlechteste König aller Zeiten. Deshalb wollte ich gerne mal über ihn reden, weil ich das Gefühl habe, dass er teilweise durchaus unterschätzt wird. Er hat definitiv seine Fans. Und ich würde mich da auch teilweise zuzählen. Gerade Sonnenfeuer mag ich sehr gerne und Aegon eigentlich auch. Aber er wird eben auch sehr viel unterschätzt. Und deshalb wollte ich gerne mal da ein wenig aufräumen. Und ich will euch nicht unbedingt widersprechen, aber man übertreibt da halt gerne und vergisst eben, dass es House of the Dragon ist, dass es Game of Thrones ist, dass jemand wie Aegon eigentlich noch ein sehr guter Charakter ist, der sich bemüht. Und gerade in Serien vergisst man oft viele schlechte, nur weil ein Charakter eine gute Sache gemacht hat. Und ebenso vergisst man vieles Gute, nur weil man eine schlechte Sache getan hat. Das ist in Serien sehr üblich. Deshalb lieben wir oft Mörder, hassen aber wiederum eigentlich gute Charaktere, nur weil sie sich einen Fehler erlaubt haben. Und ja, ich finde, da muss man ein wenig aufs große Ganze achten. Aber gut, damit hätte ich auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann gerne Hashtag Aegon in die Kommentare oder Hashtag Sonnenfeuer. Und ja, in diesem Sinne, das nächste Video erscheint, wenn der König die Krone aufsetzt. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Tschüss. 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 Tschüss.